Aufnahme starten, nur die Harten kommen in den Garten. Echt nicht? Echt nicht? Echt nicht? Piss dich, Alde! Ach, dann halt nicht. Wenn Barry nicht mit uns reden will, dann gehen wir halt rein. Conker betritt die Matrix. Echt nicht? Bitte, placez irgendwelche Metallic-Objekte in der Treppe. Und los geht's. Ich glaube, ein bisschen laut ist es wahrscheinlich. Aber wir gucken mal. So. Aber es ist eigentlich auch ganz gut, dass es laut ist. Weil ich muss hier ein bisschen auf die Stimmen hören. Glaube ich. Das ist das einzige, was ich jetzt schon wieder rausgefunden habe. So, wir haben hier diesen coolen Matrix-Move auf jeden Fall. Und das heißt aber nicht, dass wir deswegen nicht in Slow-Motion auch irgendwie von den Kugeln getroffen werden können. Ja, das wird jetzt hier ein Slow-Run. Wenn ihr sonst Speed-Runs von mir gewohnt seid, das hier wird wohl leider ein Slow-Run. Und das hat jetzt zum Glück mal ganz gut geklappt. Okay. Und ich bin ein wirklich großer Fan dieser Szene, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo Conker rauskam, wann kam das raus? 2001? Da war der erste Matrix-Film noch nicht so lange draußen. Und es dürfte wirklich eine der ersten Videospiel-Parodien von Matrix gewesen sein, tatsächlich. Und das ist wirklich ganz, ganz großartig. Oh shit. Ja, sehr gut. Auf Regroup habe ich gewartet. Dieses Regroup. Wenn sie sich neu formieren, das ist die ideale Gelegenheit, um anzugreifen. Das habe ich jetzt schon rausgefunden. Ja, Matrix war damals aktuell. Das stimmt. Und, ähm, ich habe das Spiel Conker, aber ich habe es ein bisschen später kennengelernt, als den Film Matrix. Ich war aber tatsächlich ein ganz, ganz großer Matrix-Jünger eine Zeit lang. Das ist speziell der erste Film. Wobei ich, ähm, ich habe mal meinen, meinen Jahresabschluss, also von meiner Abschlussklasse hatten wir so ein Heft halt gemacht, wo wir auch unsere Lieblingsfilme und so angeben mussten. Und ich habe Enter the Matrix damals. Ne, Matrix Reloaded. Matrix Reloaded. Sorry. Habe ich geschrieben, den zweiten Teil. Und ich glaube, das ist eigentlich sogar der schlechteste. Der erste Film war, aber wesentlich großartiger. Und das ist, oh, das ist wundervoll. Das ist wundervoll, oder? So absurd Conker ist, so genial ist diese Szene. Das ist, oh, das war vielleicht ein bisschen früh. Ja, shit, hätte ich nicht tun dürfen. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich hoffe auf einen Regroup gleich, sonst habe ich ein Problem. Shit! Ja, toll. Jetzt kommt das Regroup zu spät. Ja, ja, das werden wir wohl nicht schaffen. Oh! Der hat mich getroffen? Wahnsinn. Wir haben auf jeden Fall vier mal zwei Wellen und das ist, ähm, nicht ganz einfach. Ohne, dass wir auch nur die geringste Heilungsmöglichkeit haben. Ihr erinnert euch ja an den letzten Boss aus, ähm, dem Teddys-Abschnitt aus dem It's War-Kapitel. Der war ja lächerlich einfach, dadurch, dass du dich halt so an jeder Ecke heilen konntest wieder. und, äh, hier hast du jetzt gar keine Heilungsmöglichkeiten. Du musst also wirklich diese Wellen hier überstehen. So, Regroup, darauf habe ich gewartet. Oh, da fängt er trotzdem schon an zu schießen. Okay. So, erste Phase überstanden. Das ist wundervoll hier. Ich möchte es gar nicht vormachen. Ich werde es natürlich bei, bei drei, vier Fehlversuche werde ich es natürlich jetzt schon immer vormachen, aber jetzt einfach nochmal zu genießen. Das ist wundervoll. So. Somebody protect me! Somebody protect me! Oh, shit! Äh, wieso gehe ich denn direkt in die Kugelhage rein? Keine gute Idee! Shit! Der wird nicht Regroup rufen, oder? Wenn er alleine ist? Oh, Gott! Ja! Perfekt! Dann kriege ich es die alle auf einmal. Perfekt! Gut! Das ist einfach wundervoll! Ja! Oh! Oh! Ja! Der hat 5, ey. Okay, was habe ich mir jetzt genau dabei gedacht? Das wird in die Hose gehen, wenn ich den jetzt nicht treffe. Oh, sehr gut. Oh, gut. Gute Ausgangsposition. Jetzt muss es klappen. Ansonsten viel besser als hier kriege ich es nicht hin. Oh, gut. Ich habe mir schon kurz Sorgen gemacht. Ich habe mir schon kurz Sorgen gemacht. Shit! Ich muss weg! Oder der muss weg, besser gesagt. Boah! Das war gut! Ja! Ah, scheiß Simulator. Yes! Okay, das haben wir schon mal. Das kann uns keiner mehr nehmen. Das kann uns keiner mehr nehmen. Das war viel zu früh. Jetzt muss ich doch noch Hotz spielen heute. Boah, sehr gut. Das hätte ich nicht gedacht. Gib mir einen Moment. Computer懂ressive. Man hätte ein bisschen mehr draus machen können. Kunstkritik. Das stimmt. Warum bist du so gut auf einmal? Ich habe es nicht lange geübt, ich bin nur einmal durchgekommen. Nicht, dass ich jetzt hier den ganzen Abend davor sitze und gedacht, oh scheiße, je nachher streamen, ich muss das jetzt hier machen, oder was? Oh! Oh, aber gut. Zeit für Geld. 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 Und das kann euch jetzt gleich nochmal alle ganz kurz ein bisschen enttäuschen, was jetzt hier kommt. Well, da geht's. Materialist. Ach, du kannst sprechen. Ne, gegrindet hab ich nicht. Ah, ah, wo soll ich anfangen? Komm hier, meine kleine Belehrer. Okay. Komm her. Ja, haut doch nicht ab. Ha. Wer von euch heißt Money? Ja, gott's. Gott sei Dank, müssen wir nicht alle einsammeln. One month later. Really? Got it. Ha. Oh, cool. ệ Der König der Panther. Du hast mich. Ja. Am Ende. Ein roter Skrull. Gut. Roter Skrull? Oh, ich glaube, er bedeutet mich. Ich erinnere mich nicht. Ich bin nicht. Ich bin der König der König der König der König. Aber er war in den Geschichten, wie meine Mutter. Ich würde mich aufschlafen. Er war wirklich. Der König der König der König der König der König. Wer bist du ein König? Nein. Nein, ich bin wie ein König. Ich bin ephemeral. Ich bin ein König. 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 Nein. Es ist nicht wichtig. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr für dich. Wiesel. Oh, ja. Genau hier, Boss. Du bist eine Brüste. Vielen Dank. Was werden wir mit ihm tun? Du hast ihn... Also, du wirst ihn nicht töten? Nicht genau. Entschuldigung, Tonker. Ich weiß, wie man mit Menschen wie das. Hm. Such... Loyalty. Misplaced. Get rid of her. Easiest thing in the world. Sorry, dollface. Business is business. Adios. Oh, shit! What the? Hey, mind we... Barry? Barry! Barry? Oh, no. No problem, Boss. Boss? You feeling alright? I... Mmm... 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 It's a foul... Insgestion... Where's my... Milk... Professor... Professor... Corona? Oh, man... Isha! How are you feeling, I think? Not... Good. The sooner we get this squirrel in place, the sooner I'll get my milk. Ah, yes, that's right, my ninja. It's good to be getting worse. Oh, oh, really? Yes. Ah, why, you don't talk to us about... I don't see the milk, yes. Ah, the squirrel, yes. It's a problem with the offerings. What's... That's... I think you're coming, it's me! What's going on here? Hey, hey, yeah, 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 yeah! What... Beh... What's happening... My... Why? Here it comes. Not sure what's going on here? But I think it's time to make an inch... Get up, my dad, ninja. Hahahaha Was ist denn? Ich bin ab. Ich bin ab. Ich bin ab. Was passiert hier? Was passiert hier? Natürlich doch. Erst Matrix, jetzt Alien. Oder doch Corona. Was die? Oh, nein. Oh, ja.